Ja, ey, lass das alle nützlich sein. Ja, alle bis auf den Fischkopf. Ja, der Fischkopf kann ja schon mal hier die Burg abbauen. Ja, das hab ich mir gedacht. Lass die schwere Arbeit dem Fisch. Wir sollten die Burg am besten stehen lassen, wir wollten doch eh eine Burg bauen. Nein, wir wollten ein Baumhaus bauen. Nein, ein Tümpel. Mit Fröschen. Hier sind keine Bäume, auf die wir bauen können. Ja, ich bin ganz oben. Oh, ich hab sogar noch eine Kiste mit 80 Pixeln. Naja, das ist nicht die Welt. Jetzt bist du also reich. Reicher als ihr wahrscheinlich. Ich hab 453 Pixel. Na, hat wer mehr? Oh, wir brauchen etwas Timber. 219. Können wir denn den Winterstable aufbauen? Wie weit begradigen wir denn? Bis ganz gerade. Müssen wir alles auch selber craften, damit wir mehr lernen? Ich glaube, man sollte alles zumindest einmal gecraftet haben, damit man die Rezepte irgendwie lernt. Statt, dass man es dann nicht wieder dekonstrukten kann. Also im Zweifelsfall hat man einfach mehr von einer Sache. Wieso habe ich fünf Campfires? Gute Frage. Was willst du denn mit fünf Stück? Ganz viel kochen, ne? Ja, äh, bei, bei Empyreon bist du ja der Koch, ne? Und dann darfst du auch hier kochen. Ja. Ich stelle Giere, merkst du es? Dabei haben wir ja gesagt, da... Vielleicht reicht es einmal herzustellen, weil es ist ja kein Quest mehr mit verbunden. Der, der Affe macht doch den Anführer, haben wir doch gesagt, oder nicht? Wir sollten hier alles aus Erde machen. Aus Erde? Ja, und dann sollten wir Wasser reinlaufen lassen. Ganz viel Wasser. Am besten noch ein bisschen mit Blaualgen. Das könnte für euch giftig sein, aber ich mag's. Ja, du... Du bist allein schon eine Blaualge. Äh... Äh... Ich finde das nicht sehr höflich, was sie da sagen. Hahaha, aber ich kann nichts dagegen sagen. Ne. Mir wurde von meinem Vater gelehrt, geduldig zu sein. Das ist für euch ja dann auch ein Kämpfeuer. Ah, okay. Geduld! Was ist das? Ah, es wird gleich wieder hell. Seht ihr, ist der Sonnenaufgang. Juhu, endlich Energie! Endlich Energie? Ach, du läufst mit Solar? Ja. Genau so wie die Pflanze. Ich bin sehr ökologisch. Sehr vernünftig. Ich laufe mit Bananen. Sehr gut. Wie sympathischer. Schieb eine Banane in deinen Tank. Und der Fisch läuft mit Fisch. Fischöl, äh, Tran. Keine Ahnung. Wir können schon doppelsteckig bauen. Juhu. Und warum könnt ihr das jetzt schon? Wir haben die Technologie. Ja, für die Farben. Ja, ich brauche, glaube ich, unter anderem mehr Holz. Holz? Hat jemand Holz für mich? Äh. Oh ja, warte. Ich habe Morningwood, ja. Ja, doch, ein bisschen habe ich schon. Ähm, wie kann ich denn das ausführen? Ja, habe ich. Mit Kuh? Ja. Hat jemand vielleicht auch noch matt für mich? Also, äh, matt Streck. Muss ich mit der Maus drüber? Also muss ich das wieder ins Inventar legen, oder? Achtung, hier kommt gleich was von oben. Ähm, nee, du kannst das mit der Maus rausziehen und dann, äh, raus aus dem Inventar und dann Kuh drücken. Ha, das Transportsystem funktioniert. Einfach oben runterschmeißen, Frank. Ich dachte, das ist das Wurfsystem. Ach, scheißes Transportsystem. Also, da können wir die Farben schon schön doppelstöckig bauen. Hm? Macht es eigentlich Sinn, dass ich hier gerade die Erdblöcke hinten raushaue, oder? Das macht Sinn, ja. Gut. Schaut einfach schöner aus. Wir brauchen ein Fundament, ne? Hat aber keinen Einfluss hier, oder? Naja, du kannst natürlich auch, äh, querbeet bauen, ne? Aber das sieht halt nicht so schön aus. Ich meinte, ob die Blöcke im Hintergrund irgendwelche... Ach so. ...irgenden Sinn haben oder ob die reinkosmetisch haben. Wenn die da sind, können sie ein bisschen Licht abhalten. Äh, wenn sie weg sind, kann sogar Wasser dran ablaufen. Also bis zu einer gewissen Höhe, beziehungsweise Tiefe. Aber ansonsten eigentlich auch nur Dekoration. Alles klar. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, an das zweidimensionale Denken hier. Ja, ist eigentlich gar nicht so schwer. Das kommt. Ja, klar. Es kommt und geht bei mir. Habt ihr eventuell noch Erdse für mich? Erdse? Also wenn, dann hab ich davon nichts mitbekommen. Äh, ja, hier. Ähm, ähm, ähm. Erdse. Oh, scheiße, ich glaub... Ja doch, da hab ich ein bisschen was. Oh, da fällt... Da fällt... Da fällt Kupfer und Eisen runter. Ja, guck mal, wie schwer es hier regnet, ne? Ja. Da ist Deuterium, äh, in Klammern Schwerwasser, ein Witz dagegen. Ich sehe schon, China ist wieder derjenige mit dem Plan. Ähm, äh, ist die Arbeitsameise. Das Kraftding hab ich immer irgendwie im Plan. Aber nicht vom Bauern. Ja, da bin ich auch nicht so gut. Bauen bin wieder ich wahrscheinlich, oder? Du bist unser Dekomeister. Naja, das Bauen... So schön aussehen. Das Bauen hat das letzte Mal auch ein Äffchen übernommen, ne? Ich brauch Softbricks. Ja, wenn der Hintergrund abgebaut ist, dann baue ich hier auch was Schönes hin. Ja, ich... Ich hab dann auch diese schönen Steinchen hier, ne? Die dauern bloß ewig, bis sie jetzt halt weg sind. Warte mal, ich hab ne Idee. Hast du Sprengstoff? Ne, ich hab grad den Ding abgebaut und baue ihn jetzt wieder auf. Den Ding? Den Ding? Den Ofen. Ach so. Dass ich hier ein bisschen... Oh, jetzt hat ihn Jollum. Jollum, gib das zurück. Was hab ich? Die Pflanzen klauen alles. Ich sag doch, da musst du aufpassen. Was hab ich? Den Tisch in der Mitte im Inventory. In der Mitte. Ah, Tisch. Ja, genau. Wo willst du den hin und haben? Mir mal zuwerfen, bitte. Ja. Cool. Ja, danke. Ja. Ja, genau. So funktioniert das. Dann kriegen wir auch unsere... Also wir könnten es uns eigentlich gegenseitig zuwerfen, das Zeug. Dann kriegen wir unsere... Braucht es nicht jeder craften. Also die Crafting... Workbenches und sowas, die brauchen wir, glaube ich, nicht. Also ich hab grad dieses Blueprint-Ding da genommen und dann hab ich... Hat mir die... Eieieiei wieder was gesagt. Ich muss mir jetzt mal die Sachen alle angucken, was das überhaupt alles ist. So, jetzt brauchen wir Plantfiber. Da hab ich auch noch ein bisschen was. Ich schmeiß es mal runter. Ja, ich hab bei mir natürlich alles in Salben umgewandelt. Ich nicht. Ich nicht. Ich hätte auch noch welche. Aber ein paar mehr... Ich hab auch alles in Salben umgewandelt. Ein paar mehr Salben sind nicht verkehrt. Da habt ihr recht. Ähm, kann mir jemand eine Aufgabe bitte geben? Äh, du kannst hier weiterziehen, also... Sammel Ressourcen. Guck nach oben und mach den Mund auf. So halt, hier, ähm... So. Es regnet, es regnet. Der Fisch, er wird nass, er freut sich. Also zwei dick. Was? Was für Sachen sagst du da? Was für Schweinereien? Wer hat zwei? Was ist denn das? Das ist aber trockene Erde, oder? Äh, was weiß ich? Nicht diese Richtung, da kommt dann das Haus hin. Gut, ich geh Ressourcen sammeln, glaube ich. Hat ja keinen Wert hier. Oh, Belly hat uns Erdnüsse gebracht. Dankeschön. Om nom nom. Erdlinge, hier gibt's Erdnüsse. Ha, ich verstehe den Witz, ich bin gut. Oh nein. Ressourcen dann ja wahrscheinlich auch wieder in Höhlen, ne? Oder einfach irgendwie lang klatschen und dann hoffen. Ja, manchmal gibt's auch welche, äh, an der Oberfläche. Da sind grad ein paar Bäume in die Höhe geschossen, rechts von der Burg. Ja. Was für Ressourcen sind denn wichtig? Alle. Äh, eins sind gerade gerade. Ich hab hier, wie gesagt, null Ahnung, ne? Also. Ich hab eine Flagge gesetzt. Also, null Ahnung ist ein gutes Fundament. Damit kann man schon mal anfangen. So, äh, also falls wir hier teleportieren wollen, äh, an der Flagge einmal E drücken und einen sinnvollen Namen vergeben. Dann habt ihr das in der Teleporterliste. Später. Wo ist denn die Flagge? Äh, unter dem Haus. So, ich baue mal grad ein paar Bäumchen wieder an. So, jetzt nach links raus. Das machst du brav. Gell? Oh, hier ist sogar Wasser. Ich, ich hab meine Wohnung gefunden. Ich komme jetzt nicht mehr raus. Okay, wir sind hier los geworden. Heute Abend esse ich Wurzelsupfe. Erst ruhig so viele Pflanzen, wie du willst. Die Wurzel ist abgehauen. Wieso kann ich noch keine... Ach, ich muss die erstmal abbauen. Dass ich sie machen kann. Äh, du meinst in den Hintergrund bauen, oder wie? Nein, heavy stone brick. Ah. Dass ich sie craften kann. Ach so. Ah. So, jetzt hab ich auch mal ein Seil gecraftet. Das ist irgendwas, was ich irgendwie in Starbound noch nie groß verwendet hab. Ich mag das Seil. Du stehst ja auch auf Bondage. So, jetzt ist es raus. Da ist ein Anker hochgeflogen. Ja. Weee. Was machst du denn da? Klettern. Du bist doch das Äffchen. Wer hat denn da oben die, äh, Bäume hingesetzt? Welcher Schlawiner? Hehehe, das war ich. Ich weiß, du willst das jetzt wieder wegbauen. Jetzt hab ich für die Demonstrationen zwei Seile aufgebraucht, so ein Mist. Au, ich kann was für unseren Fischkop herstellen. Ein Springbrunnen, ne? Für einen Keukarpfen. So, wo ist er denn? Auf dem Dach. Naja, also, wenn man es Dach nennen will. Auf den Zinnen der Ruine drohne ich. So. Es hüpft, es springt, es ist ein Roboter. So, wo haben wir es denn, äh, nein, nein, nein. Da. Danke. Au. Ich weiß, ich bin ein Arsch. Das war dir auch ganz eindeutig. Wie habt ihr denn das gemacht? Wir haben was gemacht. Oh, cool, danke. Ist aber nur ein Jagdbogen, mehr kann ich noch nicht. Ich hätte gerne eine Schrotflinte. Das dauert noch. Aber. Gib mir ein bisschen Zeit. Maschinenpistole. Hey, Franz. Franz. Ja, Affe? Hier unten, gib mir mal die, die Heavy Stonebricks runter. Au. Ich nehm mir mal den direkten Weg. So, da waren sie bestimmt irgendwo dabei. Piepst du, Jollon? Danke. Ja? Ich mach was tunig. Ja, ich hab's ein bisschen spät gesehen. Ja, man wird ja dran erinnert. Ja, aber auch das hab ich nicht mitgekriegt. Hart. Piepen. Geflissen überhört. China, ich muss mich aber entschuldigen, das war wirklich gemein von mir. Ach, ist schon in Ordnung. Hauptsache, du gehst mit der, äh, ja, mit der Gartenausrüstung los und machst was Vernünftiges. Ja, okay, das, das kann ich. Das kann ich. So, ähm, da sollte ich vielleicht auch mal gleich damit anfangen, ne? Ja, ne Gießkanne war leider noch nicht drinnen. Oh, da müssen wir auf den Regen warten. Äh, soll ich den Garten dann nach links, nach rechts? Wo machen wir den? Also, ich glaube eher nach links, nach rechts, das ist ja relativ groß. Da ist ja leider, äh, das Dingsbums, äh, das Tor. Da können wir ja nicht bauen. Daumen nach links. Genau. Was hast du denn cooles entdeckt, Jollon? Ne, ich hab, äh, eben einen Baum mit einem Baum gefällt. Sehr gut. Ach so. Oh, eine Lootbox, schnell bevor China hingeht. Oh. Wie, was, Lootbox? Ich will auch. 91 Pixel. Das war eine gefährliche Lootbox. Wieso? Äh, die haben unterschiedliche Effekte, man weiß vorher nie was. Ja, Pixel. Manchmal kriegst du Geld, manchmal verbrennst du halt einfach. Na gut, ne? Das Risiko muss man dann eingeben. Muss nicht. Dann hab ich ja Glück gehabt. Man kann. Aber man macht's eh ständig. Aha. Na, Franz, wie gefällt's dir hier? Na, viel zu wenig Wasser. Viel zu wenig Wasser. Nein, nur der Garten. Da oben ist doch Wasser. Ja, das ist meine, meine Notfallwohnung. Da muss ich manchmal meine, meine Flossen ein bisschen einweichen. Sonst krieg ich Flossenfeule und du weißt, das ist ganz schlimm. Ja. Ja, erledigt. So. Okay. Ja, hier kann man gut eine Farm anlegen. Oh, das... Aua. Ihr legt ja keinen Wert darauf, dass das sehr ordentlich aussieht, oder? Das kommt noch. Das kommt noch. Das macht dann der China, genau. Aua. Oh, äh, Clotzilla greift an. Aua. Äh, äh, gehst du weg. Oh, ich sollte... Oh, der kann ja sogar spucken. Uh, 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 uh. Ha, ausgetrickst, böses Wesen. Also ich war eigentlich auf null Balken runter, da wurde mir nichts Rotes mehr angezeigt. Hast du es einfach überlebt? Na klar. Hast du daran zweifelt? Pflanze, stirb nicht durch Stürze. Es ging dir jetzt nicht um Stürze, es ging um fiese, spuckende Dinger. Ah. Spucknäpfe. Und da unten läuft schon wieder so einer rum. Huch, äh, und Franz Kaulquap da shakt irgendwie ein bisschen arg mit der Hand herum. Ja, die Schüssel mit den Erdnüssen ist jetzt bestimmt schon leer, oder? Die im Chat steht. Das kann ich dir gar nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Wieso haben wir keine Erdnüsse? Also, ich hab mich schon dran bedient, ne? Ich hab's nicht geschrieben, aber ich hab's gesagt. Wir haben Erdnüsse. Nein, mir steht keine. Ja, ihr seid nicht beliebt genug. Keiner macht Kauquappen. Ich bin Holzfällen. Das denkst du? Das hab ich gerade erst vor ein paar Tagen gesehen. In Asien gibt's irgendwie Froschleichgetränke. Also da ist wirklich Froschleich drin und dann Wasser und so. Mh, da kriegt man doch gleich Hunger, ne? Wie kann ein Gitz hungrig werden? Was brauchen wir denn so an Holz? So mengenmäßig? Alles. Sehr viel. Okay. Kann man ständig irgendwie gebrauchen. Ah, wie gut, dass es gerade regnet. Dann kann ich die Pflanzen gleich schon gegossen haben, die ich gleich anlegen will. Irgendwie... Der Surfer wollte gerade nicht so... Also irgendwie der behakte Boden, er verschwindet wieder ein bisschen. Muss ich schneller anbauen. Ja, das passiert aber beim normalen Spiel auch. Da muss ich mir ja Arbeit machen. Ja. So, wir haben eine Kartoffel, dreimal Reis und einmal Mais. Ich glaub, ich muss mal ein bisschen rumrennen. Mehr. Okay, gut. Dann Pflanzen habe ich auch fleißig eingesammelt. Was sind denn hier die Türen? Das sind Seeds. Ah, danke schön. Noch mehr Seeds. Oh ja, warte, da habe ich auch noch welche. Ganz, ganz wichtig hier. Cotton. Ah. Weizen. Und ich habe so eine Karotte gefunden. Wo bist du denn? Ich mag dieses Eisending mit der Blume. Das ist gut, das hilft. Karotten. Cotton. Dann können wir uns Jeans basteln. Ja, Kleidung, da brauchen wir nämlich Wolle für. Ja, wobei, der Affe braucht vielleicht keine Kleidung. Der ist schon haarig genug. Ja, ich weiß. Mein Eisenbern nicht. Wir brauchen wir Eisen, eindeutig. Oh, da ist einer zu viel. Wieso kann ich das da nicht hinsetzen? Wir können dir gerade schlicht helfen, Jollum. Oh. Blöcke zu setzen, muss dann wahrscheinlich wenigstens eine Rückwand quasi da sein, oder? Äh, Rückwand oder irgendwas anderes, wo du seitlich ransetzen kannst. Ah, lass mich doch in Ruhe, ja. Haha, der Weg war blockiert. Böses Kaul, Quapper. Ich bin lieb, ich hab's ja dir weggebaut, ne, so Ladies First und so. Erst hast du's hingebaut gehabt, vorher war das nämlich nicht da. Ja, aber auch nur, weil ich da hochspringen musste und die Höhleneinheit verpeilt habe. Es wird Zeit, dass die Hylottel unter Wasser atmen können. Oder zumindest mehr Luftvorrat haben. Weil das geht ja nicht, dass Franz Kaulquap hier im Wasser steht und dann läuft oben diese Leiste ab, ne? Doch, das geht, siehst du doch. Ja, natürlich geht das, aber es geht nicht gut. Kurz nicht vorzüglich. Ach, weißt du was, jetzt wird's nass. Blup. Oh, das Wasser verrinnt einfach im Boden, schade. Ich glaub, das ist Kupfer, sehr schön. Juh, nee, ist Eisen, viel besser. Eisen. Dann baust du uns gleich die ersten Rüstungen. Ah, nee, muss ja jeder für sich selbst machen, weil die haben ja rassenspezifische Rüstungen, ne? What? Ja. Also in der Optik, in der Optik. Anziehen kannst du alles, in dem rechten Sinne. Ja. Ja. Das, was dir dann am besten gefällt. Oder was dir jemand herstellt. Aber wer will keine Ritterrüstung anhaben, ja? Hm, Fisch in Ritterrüstung? Äh, da fühlt er sich wie eine Sardine in der Büchse. Also, aber es geht. Du bist ja auch reisefroh, wir an Soßen rüsten. Ja, ja. Ich liege im eigenen Saft. Alles klar. Ich hab's. Aua. Lass mich in Ruhe. Warum? Mist, wir ja. Ich glaube, er redet mit dir, Äffchen. Ich dachte, er meint den Fisch. Nein, der Fisch ist lieb. Jeder mag den Fisch. Keiner mag den Fisch. Doch, alle mögen den Fisch. Deswegen hat, äh, George Lucas den auch eingebaut in Episode 1. Nur im Teigmantel. Teigmantel? Und was ist mit Spinat und Mozzarella und so? Ah, Moment. Ich schaufel mir mein eigenes, äh, Alupfännchen. Kann man hier auch sprinten? Äh, nein. Den Dash kriegst du erst noch. Gibt Upgrades, ja. Aber es ist richtig sprinten nicht. Ich hätt gedacht, der Fisch hat die Ruine abgebaut. Das ist denn hier los. Nein, jetzt ist er im Moment am, äh, Dingsbums. Im Garten. Am Garten, ja. Und hiermit endet die zweite Folge des neuen Starbound-LPTs. Ich muss sagen, wir kommen gut voran. Also, jetzt sind wir richtig drin. Es ist schon so eine Art, ja, ich will es noch nicht Wohnung nennen. Aber so eine Art Heimat ist halt im Aufbau. Wir haben jetzt auch die ersten paar Pflanzen angepflanzt. Was bedeutet, dass wir uns bald möglicherweise selbst versorgen können, ohne jetzt unbedingt auf die Jagd gehen zu müssen. Was ja auch jetzt gerade bei der Starbound 1.0, beziehungsweise jetzt ist es ja schon nicht mehr 1.0, jetzt ist es 1.3 oder so. Was da aber sehr wichtig ist, weil in Survival die Nahrungsleiste, ihr wisst's ja, die leert sich sehr schnell. Da müssen wir unbedingt selbst was anbauen und uns dann auch was kochen. Das sieht ja ganz danach aus, als ob der liebe Franz sich dann um den Garten kümmern dürfte. Während der China vielleicht doch das Kochen übernimmt, aber das wissen wir ja noch nicht. Ich denke, mit der Zeit werden sich so bestimmte Rollen herauskristallisieren. Ich bin dann schon mal gespannt, wie es das nächste Mal weitergeht. Danke an euch fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns bald wieder. Danke. Danke.